Was ist der Zusammenhang zwischen Hepatitis B und dem humanen Immundefizienz-Virus? Es gibt mehrere Verbindungen zwischen Hepatitis B und dem human-immunodefizienz-C-Virus. Beides sind Viren, die durch den Austausch von Körperflüssigkeiten übertragen werden. Insbesondere werden diese Virusinfektionen in erster Linie durch sexuelle Aktivität, durch das Teilen von Injektionsnadeln oder während der Geburt von der Mutter auf das Kind übertragen. Menschen mit Immunschwäche sind auch anfälliger für Hepatitis B, und es ist nicht ungewöhnlich, dass Menschen gleichzeitig mit Hepatitis B und dem humanen Immundefizienz-Virus infiziert sind. Hepatitis B und human-immunodefizienz-C-Virus betreffen Männer, Frauen und Kinder. Untersuchungen zeigen jedoch, dass bestimmte Gruppen häufiger an Hepatitis B und humanem Immundefizienz-Virus erkranken als andere. Insbesondere intravenöse Drogenkonsumenten, homosexuelle Männer und Personen mit anderen sexuell übertragbaren Infektionskrankheiten gelten als Risikopopulationen für Hepatitis B und das human-immunodefizienz-C-Virus. Die Auswirkungen von Hepatitis B und human-immunodefizienz-C-Virus überschneiden sich ebenfalls. Anfänglich ist es unwahrscheinlich, dass eine Person, die mit einem der beiden Viren infiziert ist, überhaupt irgendwelche Symptome bemerkt. Nach ein oder zwei Monaten treten bei Menschen, die mit dem humanen Immundefizienz-Virus infiziert sind, Symptome wie Fieber und Müdigkeit auf, die auch Symptome von Hepatitis B sind. Erst nach Fortschreiten jeder Infektion werden die Symptome deutlicher unterschiedlich. Hepatitis B und human-immunodefizienz-C-Virus sind extrem ansteckende Viren, für die es keine Heilung gibt. Während es eine Impfung gibt, die verhindern kann, dass Menschen an Hepatitis B erkranken, gibt es wenig, was Ärzte tun können, um die Krankheit zu behandeln, wenn sich eine Person infiziert. Mit der Zeit erholen sich die meisten Menschen jedoch vollständig von einer Hepatitis-Infektion, es sei denn, sie sind von einer chronischen Form der Krankheit betroffen. Aber auch bei chronischen Infektionen leben manche Menschen jahrzehntelang ohne Symptome oder zeigen sehr milde Symptome. Möglicherweise besteht eine der größten Verbindungen zwischen Hepatitis B und dem humanen Immundefizienz-Virus darin, dass beide eine hohe Konfektionsrate aufweisen. Dies kann zum Teil darauf zurückzuführen sein, dass jede Infektion für dieselben Risikogruppen anfällig ist. Dies kann auch an den Ähnlichkeiten in der Übertragung zwischen den beiden Infektionen liegen. In den Vereinigten Staaten sowie in anderen Teilen der Welt gibt es bei intravenösen Drogenkonsumenten hohe Hepatitis und human-immunodefizienz-C-Virus-Koinfektionsraten. Während eine durchschnittliche Person möglicherweise in der Lage ist, einen akuten Fall von Hepatitis B mit Ruhe, Diät und erhöhter Flüssigkeitsaufnahme zu bekämpfen, werden Personen mit einer Infektion mit dem humanen Immundefizienz-Virus, die auch eine Hepatitis-Infektion haben, häufig ins Krankenhaus eingeliefert, da Infektionen Patienten mit humanem Immundefizienz-Virus stärker betreffen und sind eher lebensbedreulich.